Ihr habt ja so, so recht. Lucky Hole Mine. Haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. War doch hier in der Nähe, ne? Da. Uranrausch. Uh, mutiert. Ja. Okay. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Vielleicht nur ne halbe Lucky Hole Mine und dann ganz schnell rüber zum Uranrausch. Aber es muss wirklich sehr, sehr schnell gehen. Rüstung, Bagger, Deluxe, Aldi und so weiter und so fort. Halt nur los. Zeig dich Rüstung. Du bist gesetzt. Du bist nicht mehr in unserem Inventar. Eingestiegen. Flucht die Wurz. Doppelder Fusionskern hält besser. Warum auch nicht? Es gibt ja auch Doppelherz für Menschen. Warum denn nicht Doppelkern für Rüstungen? Also ich wäre dafür. Ist ja auch schon ne ältere Rüstung. Fünf Jahre, ne? Die gab's von vornherein. Und für ne Power-Rüstung ist das schon ein gehobenes Alter. Nabeln, Nabeln, Nabeln. Ula! Ist doch legendär. Ach herrje. Wer hätte das gedacht? Noch mehr legendär Kram. Ne mit. Kettensäge. Ach ja, stimmt. Wollte ich mir auch mal wieder gönnen. Also das mit der Gamma-Pistole beim neuen Regional-Boss. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Aber Nahkampf soll immer noch gut funktionieren. Lass mal am Ball bleiben. Aber, warte mal. Ist mein Ohr-Glow-Mod gar nicht mehr aktiv? Was? Das ist ja... Also ich meine, das Ohr hat jetzt nicht mehr gegloat. Wow, wie bitte? Ich wollte gerade nur einen Schluck trinken. Auf einmal hier ist alles voll mit Super-Mutanten. Es stand direkt einer vor meiner Nase. Aber ich habe ja auch einen ordentlichen Noll. Wo kam der denn bitte her? Ist jetzt hier alles voll? Oh nein, meine Glow-Mod funktioniert nicht, ne? Ich muss richtig herzuchen. Oder? Mit der Lampe. Hier würde doch schon alles glauen. Oder haben sie das gleich hier abgeschafft? Das wäre natürlich die absolute Oberfrechheit. Ähm. Ähm. Ja, ne? Tatsächlich. Schande. What the heck? Jetzt muss ich hier richtig suchen. Ich bin bestimmt schon an Blei vorbeigelaufen. Aber... Aber... Aber das ist unfair, dass die Glow-Mod nicht mehr funktioniert. Ich denke, es liegt an der Load-Order. Mehr nicht. Mehr wird es nicht sein. Schande. Jetzt muss ich hier die Augen richtig aufmachen. Mir ist doch schon alles sonst voll mit Blei. Ich weiß nicht. Das Sammeln-Loadout kann ich mir aber sparen, ne? Oder? Blei, Blei, Blei. Abend, 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 Abend. Das ist okay. Ja, ein bisschen sieht man es. Aber... Ich bin schwer enttäuscht. Das war eine meiner Lieblings-Mods of all time. War auch super nützlich. Und auch sehr emersiv. Nicht, dass es da aber Probleme wieder gibt. Mit Dingens. Mit der Enchanted Forest-Mods. Das ist auch eine meiner allerliebsten Mods. Und die Schneemod natürlich. Und die Wüstenmod. Habe ich was übersehen? Reicht das nicht eigentlich schon? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir wollen ja auch noch hier per Schnellreise raus. Und Uran raus. Uran raus wollen wir auch noch. Hey! Ist gut. Gucken. Gucken, gucken, gucken. Also, wenn man erstmal weiß, wonach man gucken muss, dann geht es ja. Dann ist das ja alles kein Problem. Ne? Gelle? Ihr Lieben... Ihr Lieben Ödländer. Dort draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Verstrahlte Grüße. Reicht mir. Uran raus. Nicht, dass wir es versäumen. Herze 10. Da gibt es richtig coole Sachen aktuell. Für... Also in den mutierten Party-Paketen. Und genau aus diesem Grund. Und nicht, weil ich sie übersehen habe. Aber habe ich mir die mutierten Party-Pakete von der letzten Runde... ...mit mutierten Events aufgehoben. Nur deswegen. Ausschließlich deswegen. Ich muss auch noch die Rüstung wechseln, ne? Sollte ich tun. Ja. Das strahlt hier. Also brauche ich eine Power-Rüstung. Aber ich kämpfe doch nicht in der Bagger-Rüstung. Um Gottes Willen. Eingeste... Ah! Warte mal, was ist denn eigentlich die Mutation? Oh, oh, oh. Ich sehe es. Ja. Na los. Du Flumidu. So, entweder ist der gerade dazugekommen oder... Entweder ist der da gerade dazugekommen oder... Oder hat sich ein bisschen verschätzt vom Timing her. Das ist auch möglich. Na, 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 na. Oh, bumm. Geht doch. Gewerkschaft. Jetzt. Und? Ein Schuss auf den Boden. Mit verstrahlten Grüßen. Das war zu viel. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber heute ist auf jeden Fall wieder so ein ganz merkwürdiger Tag. Na. Na, Spritzer. Wer von euch ist denn jetzt hier noch am Glühen? Am Aufglimmen? Der macht der Afghan, ne? Ja. Ey, wir sind überladen. In diesem Loadout. Wie sehr. Doch recht ordentlich, ne? Das ist das Blei. Also, wir haben ihn doch gar nicht aufgehoben gehabt. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Naja. Naja, wir können auch mutig sein, ne? Ich glaube, ohne Powerrüstung. Sind wir nicht überladen? Richtig. Doch, sind wir. Ja. Wieder zurück. Also, wenn ich schon einen Tragekapazitätsbooster schlürfen muss, dann bleibe ich doch in meiner Rüstung. Reicht das? Sehr gut. Nice. Aber wirklich? Ein bisschen Wasser hinterher. Ich hätte gerne eine Trageeinheit Karenz. Das wäre schon nice. Wir sind ein guter Team. Ein sehr guter Team. Wir müssen nachher noch kochen. Fäule. Fäule müssen wir uns auch noch holen. Und die paar Hurnpilze nehmen wir auch mit. Ihr schafft das. Wir glauben an euch. Wir sind heute in erster Linie moralisch unterwegs. Warum? Wurde mir gerade Energie abgezogen? Kann ich nicht ganz deuten. Aber jetzt können wir uns zumindest richtig präzise blutig machen. Zurück ist. Waffenloat erholt. Ja. Und jetzt? Hier unten. Lecker Obst und Gemüse. Vergammelt natürlich. Wie sonst. Das stärkt das Immunsystem. Wir können. Und jetzt flitzen wir wieder ein bisschen rum. So. Nee. 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 Der wartet noch. Gibt es ja was Schönes? Uh. Legendary. Immer schön einstecken. Ula. Ja. Nice. Aber überladen wieder. Ach ja. Stimmt. Wir standen ja kurz davor. Hm. Und nun? Was machen wir jetzt? Ey. 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 Willst du bitte den Sammler in Ruhe? Alles geht kaputt heute. Na. Reflektiert. War früher meine Lieblingsmutation. Ist sie immer noch. Aber der Thrill ist schon fordernd. Sehr viel oxidativer Stress. Nicht nur für mich. Sondern auch für unseren Charakter. Dabei ist Reaper. Ula. Ah. Da ist wieder ein Dampfi. Kann ich nicht genau zuordnen. Wie bei Tinte. Noch mehr legendären Krams. Schande. Wir kommen hier nie wieder weg. Ausreichende Waffenlänge extrahiert und verarbeitet. Doppelt. Doppelt belegt. Doppelherz. Doppelkern. Und doppelte Tasche. Mindestens. Na. Zum Glück können wir doch springen. Aber nicht hoch genug. Ich glaube das ging noch nie. Ist doch hier aus dem Stand heraus. Ah. Ah. Mach schon. Du Flumidu. Yeah. So gut. Gucken. Schön gucken. Und immer schön weiter am Rad drehen. Damit die Kiste auch gleich wieder los geht. Wenn ein Gegner vor uns steht. Ja. Die Anlaufzeit ist so eine Geschichte. Also in Sachen große, schwere Waffen ist da das 50er Kaliber Maschinengewehr klar im Vorteil. Nahezu komplett ohne. Ohne Anlaufzeit. Aber das ist halt so eine schöne Waffe. Ein Gatling Laser. Ich bitte euch. Gatling Plasma ist auch echt nice. Ich frage mich gerade. Gab es eigentlich Gatling Plasma? Gewehre? In Fallout 4? Also Gatling Laser ja, weiß ich. Aber Gatling Plasma. Uh. Weg mit ihm. Er glüht noch nicht. Ah. Doch. Er glühte schon. Hilfe. Hilfe. Bin ich tot? Ja. Also fast. Ein Tanz auf Messerschneide. Ich danke dir. Kollege. Auch wenn wir jetzt, naja, nicht mehr genug Ekelfleisch haben, beziehungsweise Gemüse, um uns wieder fit zu machen. Sehr, 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 sehr schade. Also die neuen Audioeffekte, neuen Soundeffekte sind schon super. Sehr passig hier. Bei Fallout. Ich flitz hier doch so gerne rum. Na du? Wie bist du tot umgefallen? Hat sich einer schossen oder war das ein passiver Effekt? Ein passiv-aggressiver Effekt meiner Powerrüstung? Möglich. Da! Fleisch für uns. Das ist schön. Danke sehr. Noch mehr Fleisch. Vielen, vielen Dank. Mir taugt das was. Kann grad nicht. Habe ich das nicht mitgenommen? Hier, stopp. Nimm mit. Ja. Gib alles. Und schon sind wir wieder optimal blutig. Wie sich das gehört. Wir haben es gleich geschafft. Vielleicht gibt's mutierte Partypakete. Ja, ja. Schieß ruhig. Und nun bist du dran. Keine. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Ausgezeichnete Arbeit. Wir können uns alle sehr, sehr freuen. Und schon sind sie wieder alle weg. Ich denke ein paar Bolzen können wir ihr ruhig liegen lassen. Wir haben genug. Knapp 2000. Das sollte für eine Aufnahme reichen. Waren hier noch sonst irgendwo Hirnpilze? Die wir mitnehmen können. Na. Zeig mal an hier. Ne, den hatten wir. Besonders viele gibt es dann hier ja leider dann nicht, ne. Hm. Das hatte ich anders in Erinnerung. Vielleicht auch hier. Nerves. Zu viele Hirnpilze. Beim Uranrausch-Event. Aber jetzt kommt die große, alles entscheidende Frage. Kommen wir hier noch weg? Weiß ich nicht. Schnellreise-Lotout in der Rüstung. Das geht noch. Damit hätten wir auch hier kämpfen können. Aber nein. Aber nein. Jetzt. Aber wirklich. Erstmal weg, genau. Und dann Mottenmann-Folian. Wenn ich den überhaupt schon habe. Wenn. Ist das was von der aktuellen Season oder? Gab es den beim Mottenmann-Event? Beim Mottenmann-Museum? Ist alles möglich? Bin mir gerade nicht so sicher. Puh. Müssen wir mal gucken, ne. Erstmal raus aus der Rüstung. Klarkommen. Möchter gesagt als getan. Wir waren gestorben. Keine verwandte Seele mehr, ne. Mh, nein. Nickerchen. Nickerchen. Und die Cola habe ich dem Leo sogar schon gegeben. Mh. Lecker. Heute Kamelle Ingwer. Keine Tonic Cola. Ich habe keinen Tonic Water mehr hier. Sehr schade. Oh. Müsste ich noch. Auf den Einkaufszettel schreiben. Aber wir gehen ja erst morgen einkaufen. Gut. Sehr gut. Legendary Kram verticken. Na du. Ist gerade eine Benutzung, ne. Keine Panik. Lass dich nicht stressen. Nein. Nichts weiter hier. Dankeschön. Jetzt aber. Kann weg. Das Schwergewichts. Kettensäge. Ja. Ja. Funktioniert der Trick bei dem Roboter auch mit einer Kettensäge? Wir können ja mal aus Spaß eine Runde rüberrollen. Ich muss sagen, mir gefällt optisch und so vom Handling her die Kettensäge mehr als die Auto-Axt. Aber ich glaube, zweiteres macht mehr Grundschaden, ne. Mh. Ja, aber man sollte doch seinem Herzen folgen. Findet ihr nicht auch? Mal ganz kurz, okay. Ganz kurz mal ausprobieren. Und dann müssen wir noch einschmelzen. Nein, stopp. Ich wollte schon wieder verpeilen. Mottenmannfoliant. Meine Güte. Ich gucke erst mal. Habe ich da einen Plan? Mottenmannfoliant. Bei Emmes wahrscheinlich. M, 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 M. Nee. Hier habe ich zumindest keinen Plan. Oder heißt es Kultist irgendwas? Wow, wir haben so viele Kultisten-Klamotten. Wahnsinn. Oh, Schand. Was ist denn das hier alles? Bierkrug. Brandbäschen-Königin. Mhm. Oder? Ah, weiß ich nicht. Ich gehe mal ganz kurz ohne euch die Bauoptionen durch. Ich tippe ja auf Sonstiges. Ich stehe nicht im Baubereich. Frechheit. An einem Betonblock interessiert. Also wenn dann bei Sonstiges. Bin gleich wieder da. Ach, guck mal, was haben wir denn hier Schönes. Wir haben gesucht den geweihten Mottenmannfoliant. Wir haben ihn tatsächlich da. Zack und schon ist er geleert. Vielen Dank für den Hinweis. Und den erneuten Hinweis. Und dann letztendlich die Erinnerung. Gestern. Und den wollen wir natürlich auch gleich bauen. Und zwar hier drüben. Bei unserem anderen Folianten. Unserem anderen Altar des Glücksspiels. Des intelligenten Glücksspiels. Das können wir dann immer schön zusammen abfrühstücken. Bei neu. Ja. Wie gut. Tatsächlich. Ich hoffe, wir können den auch noch bauen. Hier so. Direkt auf das Vortech-Mogo. Da sind wir voll dabei. Ne? Ne? Ja. Wir haben genug Baukapazitäten. Aber wäre eigentlich auch nicht verkehrt hier drinnen. Ne? Dann könnten wir sagen, er hätte das geschrieben. Wir könnten das alle behaupten. Weißt du, Leo? Dann bräuchten wir nicht mehr warten. Vielleicht später. Ne? Ich würde dich nicht unter Druck setzen. Ich möchte lieber Zyrano streicheln. Und die Vögel losschicken. Los! Es ist mal wieder soweit. Ding Dong. Oh, wie gut. Aber es dauert eine Sekunde, ne? Oder? Tatsächlich. Hat ein bisschen länger gedauert. Und da stand was in Spanisch, oder? Weiß ich nicht. Aber wird schon funktionieren, ne? Wir gucken einfach mal hier bei den Effekten rein. Mh... Hier. Weisheit des Mottenmanns. 5% mehr. Bonus-EP. Wie schön. Glorreich. Amazing. Gehört jetzt zu unserer Routine. Mit Glück, Spiel, Glück abholen. Da stehen wir auch ganz gerne noch ein Stückchen. Dann halt rum. Ula! Und den können wir immer wieder auffrischen, ne? Nicht nur alle 24 Stunden. Hatten wir legendärkram? Vertickt gehabt? Nein! Achso, wir wollten ja kurz überrollen. Just for fun. Ja. Gut, ebenfalls auch da danke für den Hinweis. Wenn wir spätestens nach dreimal Rollen nichts Vernünftiges haben, immer Server wechseln. Das werden wir einfach mal ausprobieren. Aber jetzt versuchen wir hier die Kettensäge top-notch zu machen. Was bräuchten wir denn? Womit könnten wir was anfangen? Blutig? Na klar. Blutig geht immer. Wir können doch die Kettensäge in der Power-Rüstung benutzen, oder? Doch, ja. Doch, das wird schon funktionieren. Rasend wäre auch nicht verkehrt. Aber blutig geht natürlich immer vor. Rüstungsdurchdringung, ja. Gerade in Bezug auf unser Vorhaben gegen den großen neuen Regionalboss. Wir machen hier einfach nur drei Versuche maximal. Ansonsten kommt das Ding sofort weg. Hat uns dann einfach enttäuscht. Aber wir werden sehen. Los geht's. Kamerjäger. Ih. Gourmet. Das möchte ich nicht. Zweimal hintereinander, Gourmet. Das zählt nicht. Das Killers. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Es reicht wirklich. Ein für allemal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das Killers Kettensäge. Dass ich nicht lache. Hm. Gut. Ach ja, hier noch das Brandeis. Ebenfalls verticken. Dafür hatten wir letztes Mal nicht genug. Schein. Was war noch? Was dürfen wir noch machen? Snelligäster, super Mutanten, Vorkriegsge... Okay. Fangen wir an mit den Snelligästern. Was liegt denn am LKW? What? Das sind doch die Weihnachtsflaggen. Die Weihnachtsbanner. Die Gemordeten. Was liegt hier sonst drin? Sehenswert. Ich hör mal rein. Das war ein Anblick. Fast 100 Fahrzeuge, die ineinander krachten. Es klang unglaublich. Ich hatte keine Ahnung, dass etwas so schweres so weit fliegen kann. Das war wie einem Kind zuzusehen, das so viel zu tun hat. Als ich auf den Damm traf, dachte ich, die Wassermassen würden mich fortreißen. Aber ich bin noch da. Alles ist irreparabend zerstört. Ich muss eine neue Bleibe finden. Diese Pumpen machen es nicht mehr. Diesen Tag aber werde ich nie vergessen. Nicht so lange ich lebe. Wie lange das auch sein mag. Ich glaube, ich habe mit diesem Ausschlag eingefangen, der hier umgeht. Es hört nicht auf zu jucken. Okay. Offensichtlich haben wir doch nicht so viel Glück. Es war ein bisschen O2-Snelligäster zu finden. Aber bei so einer täglichen Aufgabe ist das doch klar. Aua. Ich dachte, ich könnte hier ganz knapp dran vorbeilaufen. Wir haben Glück. Doch wieder Glück. Vom Glück gesegnet. Also, zeitversetzt. Vom Glück gesegnet. Super Mutanten. Natürlich hier bei der Nationalen Funkanlage und Likes erwähnen. Ah, das mache ich immer so ungern. Aber es gehört leider nur mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.